Moin, hier ist wieder euer Ungeleber Kundendienst und Triggerwarnung, heute wird es extrem scheiße und es wird genau zweimal Lookism geben. Zum ersten Mal jetzt. Da rechts steht Philipp Amthor, der älteste, jüngste Politiker Deutschlands oder andersrum. Und links ist Ole von der letzten Generation aus dem Gesundheitswesen. Ihr kennt den vielleicht. Ihr merkt, Philipp Amthor ist ein Mann der ganz feinfühligen Gesten. Die hatten ein Interview zusammen auf einer Bühne und da hat Ole gefragt, stellen Sie sich vor, Herr Amthor. Sie brechen wegen der Hitze zusammen und können nicht versorgt werden, weil zu viele andere zusammengebrochen sind. Klammer auf, was würden Sie als Politiker da tun? Und Amthor geht einfach ultra der Hut hoch. Diese Untergangsszenen haben nichts mit der Lebensrealität in Deutschland zu tun. Das ist eine Waschlappeneinstellung, Wort des Tages, mit der wir unser Land nicht als modernes Industrieland aufrechterhalten werden können. Mit dieser Haltung hätten unsere Eltern und Großeltern Deutschland nach dem Krieg nicht wieder aufbauen können. Ja, hätten es vielleicht mal entnazifizieren sollen, dann wären nämlich solche Typen wie du nicht mehr am Ruder. Und wir überlegen jetzt mal, okay, Philipp, was sagt denn die Klimawissenschaft? Hier haben wir Statista, die Hitzetoten von 2006 bis 2019 in Prozent. 47 Prozent 2019 Zunahme. Man sieht ganz klar 2015 einen Trend. Wenn man jetzt denkt, ah, das sind ja nur ein paar hundert Waren. Nope. Es sind 20 verfickte Tausend und von 2018 bis 2020. Und jetzt lasst euch das nochmal auf der Zunge zergehen. Die haben anscheinend eine Waschlappeneinstellung. Und das heißt, oder, er meint, die muss man über die Klinge spricken lassen für die verfickte Wirtschaft. So ein Typ ist das. Der pisst einfach mal auf Tote. Und wenn man jetzt denkt, äh, boah, reicht mir noch nicht, um den Kacke zu finden, dann gibt's da noch was. Ignoriert mal die komische Wahlwerbung der Tagesschau für ihn. Bundestagsabgeordnete Amthor ist erst 27. In seiner Partei gilt er als Hoffnungsträger. Nun allerdings gibt es Wirbel, weil Amthor nämlich sich bei der Regierung für ein US-Unternehmen eingesetzt hat. Ein Fehler, wie er inzwischen einräumt. Der Vorwurf unangemessener Lobbyarbeit steht im Raum. Auch weil Amthor Aktienoptionen erhielt, die er allerdings nicht einlöste. Gut, also im Klartext, er war krass korrupt und wurde erwischt, bevor er es richtig zu Cash machen konnte. Wie man es aus der CDU kennt, passiert natürlich nichts. Er hat weder seinen Posten verloren noch irgendwas. Und sitzt da weiter schön im Bundestag rum und kassiert irgendwie um die 20.000 Euro an Diäten. Plus Spesen. So, und dann haben wir jetzt noch, ähm, wer sich so denkt, äh, reicht noch nicht ganz. Dann haben wir hier Foto mit mutmaßlichen Nazis. Nein, er ist nicht gemein. Zumindest nicht öffentlich, aber seine Buddies holen ihn ein, dass die Taz hier so vorsichtig ist. Finde ich ein bisschen merkwürdig, aber hey. Die Antifa Bochum hat einfach mal ein schönes Foto veröffentlicht mit Philipp Amthor und einem Scheißnazi und noch einem Scheißnazi. Erst hat Amthor abgestritten, dass das Foto echt ist, dann hat er es doch zugegeben. Da weiß man, der Herr steht zur Wahrheit. Und jetzt gucken wir hier aufs T-Shirt. Solidarität mit Ursula, ähm, Haverneck. Und Ursula Haverneck, auch geile Schlagzahliert, 92-Jährige steht auf Knast. Ist einfach eine Holocaust-Leugnerin, die immer weitermacht. Ganz knallhart. Also wer mit der solidarisiert, ist einfach ein 1A-Nazi. Und noch was ist mir aufgefallen. Das Ding mit der Sprache, Waschlappen. Es gibt hier eine Studie. Be a man, while some men respond aggressively to threats of manhood. Und dann sagen sie unten, when their manhood is threatened, some men respond aggressively, la la la. Also im Klartext, Leute, die ihre Männlichkeit bedroht sehen, benutzen krasse Worte, die andere abwerten sollen. Und die ihre Männlichkeit betonen sollen. Also im Umkehrschluss, die haben einfach weniger oder sind sich dessen unsicher. Und ey Philipp, das ist ja auch total okay. Wenn du irgendwie meinst, einen krassen Mann markieren zu müssen, dann geh doch boxen oder so. Oder mach irgendwas anderes als über Leute bestimmt. Ich weiß, die letzte Generation muss, oder streckt halt, muss sie ja nicht. Aber macht sie, streckt immer die Hand zu jedem aus. Ich aber nicht. Ich finde, du bist, Philipp Amthor, ein absolut krasses, armes Würstchen. Und weißt du was? Ich lasse mich von dir auch gerne als Waschlappen darstellen. Weil so ein verkappter, korrupter Halbnazi wie du, das muss man nun wirklich nicht sein. Also jede Gesellschaft, in der so eine Leute wie du die andere irgendwie anprollen mit sexistischen Beleidigungen und dann mit ihrem Korruptionsscheiß durchkommen und noch auf Tote pissen. Ich glaube, jeder kann für sich selber entscheiden, ob er das will oder ob er irgendwie Leute will, die versuchen, dass man das Grundgesetz einhält wie die letzte Generation. Also, Philipp Amthor, das geht raus an dich. Wir haben jetzt offiziell Beef. Euer Uninorewa Kundendienst.